Es ist Spielzeit! Mach dich gefasst! Schauen wir uns das mal an! Hallo Team Toolbox! Ich habe einen Großeinsatz für euch! Kommt so schnell wie möglich nach Hause! Los geht's! Repariere alles! Entschuldigt die Unterbrechung eurer Spielzeit! Aber leider braucht einer eurer Freunde sofort Hilfe! Dracodile war schon immer ein neugieriges Animaka. Er liebte es herumzufahren, die Welt zu erkunden und, naja, neue Freunde kennenzulernen. Aber diesmal scheint es, als wäre seine Neugierde zu groß gewesen, da er offensichtlich ein wenig zu weit gegangen ist. Er steckt jetzt in der fleischfressenden Pflanzefest. Und kann ich denn kommen? Ihr müsst ihm helfen, Jungs! Was ist das für ein Ort! Hier war ich noch nie! Lass uns hier langen, Torch! Oh, sehen wir uns das mal an! Los geht's, Team Toolbox! Oh, es sitzt fest! Oh, ich weiß, wie man das repariert! Anima Tool gleich Super Tool! Keine Sorge, großer Junge! Wir holen dich raus! Alles für ein und einer für alle! Oh, es ist die Beziehung! Oh, ich weiß, was wir noch nicht? Oh! 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 Torch! Torch! Oh nein! Was machen wir? Torch sind Schwierigkeiten. Ein bisschen Verstärkung wäre hilfreich. Denkst du nicht auch, Johnny? Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist. Zeit, die Anima-Bot zu benutzen. Anima-Bot aktiviert! Anima-Bot! Close! Los! Oh! Ja, mehr Hilfe für unser Team. Los, Team Toolbox. Gib alles, Kumpel. Oh, wirklich? Ja. Halte auf. Dann fach. Voll vorsichtig. Ja. Ja. Oh. Oh, das sollte funktionieren. Ist okay, Kumpel. Oh, das war knapp. Was für ein Abenteuer heute. Findest du nicht auch tot? Gemeinsam reparieren, Freunde für immer. Jeha! Juhu! Juhu! Oh! Aha! Willst du ein Rennen fahren? Ja! Los geht's! Oh, ja! Oh, was, Kippidu? Oh, 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 oh. Hm? Hä? Wir haben zu arbeiten. Danke, Kumpel. Torch, schnell, gehen wir. Kommt, Torch, wir haben zu arbeiten. Hallo, ihr beiden. Wir haben ein Problem bei Martel Rock. Ihr beiden wisst ja, dass Tructle manchmal unüberliegt handelt. Tructle ist auf der Spitze von Martel Rock und schafft es nicht herunterzukommen. Und höchstwahrscheinlich hat er Höhenangst. Anima-Wood, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Wir müssen schneller werden. Es ist glitschig. Ich muss aufpassen. Hab keine Angst. Alles wird gut werden. Das sollte funktionieren. Anima-Tool gleich Super-Tool. Hm. Puh. Du sagst es, Torch. Au, keine Sorge. Ups. Oh, nein. Wow. Nein. Oh. Ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima-Wood aktiviert. 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 Los! Wir müssen schneller werden! Schneller! Halte aus! Ich habe eine Idee! Teamarbeit ist die beste Arbeit! Lass uns konzentriert bleiben! Bleib locker! Große Arbeit! Teamarbeit ist immer! Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Oh, Torx, wir schaukeln! Hä? Was? Aha! Willst du ein Rennen fahren? Juhu! Ja! Los geht's! Bereit, Kumpel? Hä? Oh! Ich zittere vor Aufregung! Vielleicht doch nicht so nützlich! Hä? Hä? Sieht so aus, als wäre es hier passiert! Hä? Bereit für ein bisschen Aktion, Torx? Keine Zeit zum Denken! So was geht's? Komm, Torx! Wir haben zu arbeiten! Hallo, Team Toolbox! Es gibt einen Notfall bei Martell Rock! Dumbtrucks war dabei, Steine zu verkleinern, als er in Schwierigkeiten geriet. Er ist auf Treibsand gefahren! Aber er ist wirklich schwer und sinkt schnell! Wenn er nicht bald etwas tut, wird er in den Treibsand gesaugt! Du musst ihn finden! Und überlege dir einen Weg, wie du ihn da rausholen kannst! Und zwar schnell! Anima rutscht! Check! Anima Tool kontrolliert! Anima rutscht! Anima Tool kontrolliert! Anima Tool Hilfe ist unterwegs! Feilen wir uns! Ja! Los geht's! Lass uns hier landen, Torx! Was ist denn hier passiert? Eho! Oh! 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 Mit meinen Tools und meinem Schnurrbart ist nichts unmöglich. Stimmt's, Totsch? Das sollte funktionieren. Oh nein! Es hängt fest! Wow! Hm. 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 Ah, ich decke es fest hier. Ich glaube, wir brauchen dabei etwas Hilfe. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima Bot, aktiviert! Anima Bot, los! 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 Das ist so lustig. Gemeinsam reparieren, Freunde für immer. Es ist Spielzeit. Guter Junge. Hi, Chihuahua. Hoppla. Ich bin bereit für dich. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Tats, gemacht. Bei der Riesenbohle gibt es ein Problem. Ihr solltet euch vereilen, Team Toolbox. Team Toolbox beantwortet alle Ansprüche. Es gibt einen Notfall bei der Riesenbohne. Trachodile hat etwas gefunden und gegessen, das er nicht hätte essen sollen. Und jetzt steckt es in seiner Kehle. Egal was er versucht, er kann es nicht loswerden. Ihr müsst schnell dorthin, um ihn zu finden und es herauszubekommen, bevor es ihn erstickt. Ich sollte wohl langsamer fahren. Schieß. Ich habe es fast getroffen. Bleib locker. Alles wird gut werden. Hab keine Angst. Du sagst, der Torch. Du sagst, der Torch. Schauen wir uns das mal an. Denkst du auch, was ich denke, Totsch? Ja, fahren macht so Spaß. Hierbei bin ich mir nicht so sicher. Was machen wir? Was machen wir? Ich verstehe. Ich habe eine Idee. Oh nein, was ist passiert? Es sieht so aus, als würde ich Hilfe brauchen. Wie wäre es mit einem Anruf bei Wheelifant, eurem Baggerfreund? Animabot aktiviert! Animapop, close! Los! Sei bitte vorsichtig mit deiner Kraft. Bleib konzentriert. Du bist der Stärkste. Kippidu! Großartig! Mach dich gepackt! Bleib locker. Das ist doch unglaublich! Es sieht so aus, als hättest du einen großen Fang gemacht, Johnny. Großartige Arbeit, Teen Toolbox. Ich finde, wir verdienen alle eine Belohnung. Hey! Mach es langsamer! Johnny und Torch! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Mach es langsamer! Ja! Skippidu! Ja, Torch! Dummer Hund! Bereit, Kumpel? Yum, yum! Komm! Hol es! Okay! Beilen wir uns! Komm Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo Jungs! Frohes Thanksgiving! Will Elephant hat versucht, den perfektesten Kürbis für den Kuchen zu finden. Aber schau dir diese riesige Kürbisbestie an. Sie ist selbst für das stärkste Animaka viel zu groß. Der arme Will Elephant hat seine Schaufel gebrochen. Und jetzt wird er nicht mehr ohne den Kürbis nach Hause kommen wollen, um den du ihn gebeten hast. Jetzt braucht Will Elephant deine Hilfe. Du musst seine Schaufel reparieren und eine Lösung finden, um diesen Kürbis nach Hause zu tragen. Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Fertigmachen zum Landen, Torch! Jaha! Fahrer macht so Spaß! Schieß! Ich hab' es fast getroffen! Schieß! Ich hab' es fast getroffen! Ich hab' es fast getroffen! Oh! Guck! Ich hab' es fast getroffen! Ich hab' es fast getroffen! Wir spielen noch mal kurz. Wir wollen noch den Kuchen zu essen! Und wir können noch nicht loswerden. Oh! Oh! Bleib locker! Nein, nein, nein! Guter Junge! Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Anima Botch aktiviert! Anima Botch! Close! Anima Botch! Close! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen! Großartig! Feilen wir uns! Fangen wir an! Gib alles Kumpel! Juhu! Jehooo! Geht's dir gut? Was für eine harte Nuss! Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist! Komm schon, wir werden das hinbekommen! Team Toolbox versagt nie! Team Toolbox versagt nie! Hmmmm... Hmmmm... Humm... Humm... Humm! Huh? Gemeinsam reparieren. Freunde für immer. Unsere Arbeit ist erledigt. Gute Arbeit, Hotsch. Autsch. Wow, mir geht's gut. Puh, das war knapp. Oh. Los geht's. Wir reparieren alles. Juhu. Mh. Mh. Komm schon, Torch. Wir haben zu arbeiten. Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Es gibt einen Notfall in der Bucht. Er wollte sein neues Nest bauen, aber dieser ungeschickte Junge versuchte, diesen riesigen Holzklotz in der Luft aufzufangen und fuhr viel zu schnell. So stürzte er auf den Strand und scheint verletzt zu sein. Miegel braucht eure Hilfe Anima-Wood check Anima-Tool kontrolliert Bereit für ein bisschen Aktion, Totsch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Lass uns beeilen! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich! Schauen wir uns das mal an! Hm, ich verstehe! Das sollte funktionieren! Ich denke, es wird dir jetzt besser gehen! Du schaffst das! Autsch! Autsch! Oh, ich war sicher, dass das funktionieren würde! Warum funktioniert das nicht? Oh! Hm! Hä? Hm! Oh, Kumpel! Torch! Dummer Hund! Oh, richtig! Ich habe eine Idee! Anima-Wood aktiviert! Anima-Pop! Anima-Com! Ich bin mir sicher, dass du mir behilflich sein wirst. Bereit, Kumpel? Da ist es. Fangen wir an. Haha. Tod und ich finden immer eine Lösung. Hab keine Angst. Das ist unglaublich. Hey, Chihuahua. Kippie du. Team Toolbox. Auftrag ausgeführt. Jihau. Es ist Spielzeit. Jihau. 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 Was für ein Abenteuer heute. Findest du nicht auch, Torch? Sei vorsichtig. Gemeinsam reparieren. Freunde für immer. Jihau. 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 Jihau.